Ich war sicher einer der Kritiker, dass Klettern olympisch wird. Es ist natürlich unter dem Strich ein Riesenshow, das Ganze. Und es ist jetzt nie gleichzusetzen mit einer Kletterweltmeisterschaft von der Leistung her. Aber es hat auch sehr positive Effekte, also sei es von der Medienwirksamkeit, sei es von den Fördergeldern, die es auch für die Jugend gibt. Also die Nachhaltigkeit dadurch, dass wir jetzt olympisch sind, ist für den Klettersport schon sehr groß. Die Athleten haben ja sehr wenig Zeit gehabt, um sich auf dieses Format vorzubereiten, weil als Klettern olympisch wurde 2016, wo das aufgenommen worden ist vom IOC für diese Additional Lists in Tokio, hat es diesen Modus, diesen Bewerbe so noch gar nicht gegeben. Das heißt, sie hatten jetzt vier Jahre Zeit und da hat es eigentlich kaum Bewerbe gegeben, wo der Bewerb in diesem Modus, wie er in Tokio durchgeführt wird, auch davor schon mal wo getestet worden ist. Also die WM in Innsbruck 2018 war quasi das erste richtige Test-Event. für Olympia. Und die Vorbereitungszeit ist da natürlich extrem kurz. Und wenn man sich jetzt denkt, dass dieser Modus, so wie er dort stattfindet, die Kombination aller drei in Zukunft gar nicht mehr eine Rolle spielen wird, ist schon ein Wahnsinn, wie sehr diese Olympiateilnahme den Klettersport verändert hat. Ich habe Speedklettern natürlich selbst auch probiert. Damals, wo es bei uns jetzt noch nicht einmal die Speed-Normroute gegeben hat, also vor den 2000er Jahren und so, habe ich öfter mal Speed gemacht. Aber man darf nicht vergessen. Also erstens gibt es Speed-Wettkämpfe schon seit den 40er Jahren in der UdSSR, hat es das damals schon gegeben. Dann ist zwar der Speed-Gedanke, dem Freikletter-Gedanken irgendwie fremd, weil es gibt kein Zeitlimit. Aber wenn man sich jetzt die Entwicklung anschaut am El Capitan auf der NOS zum Beispiel, haben diese Speed-Begehungen, die erfahren einen irrsinnigen Öffentlichkeitswirksamen Reiz. Also durch diese Filme und durch diese neuen Rekorde, also es spielt durchaus eine Rolle im Klettersport. Und jetzt zu sagen, das ist fremd oder hat mit dem Kletter nichts zu tun, das wäre irgendwie sinnlos, weil alle anderen Regeln, die wir uns auferlegen, sind ja auch irgendwie fremd oder selbst definiert. Da kommt halt jetzt das Zeitlimit dazu. Wie es sich schlagen wird im Olympischen Kontext, werden wir sehen. Und es wird sich verändern, weil es ja wahrscheinlich ab 2024 eine eigene Disziplin sein wird. Wenn man jetzt die Damen anschaut, dann ist für Miegel Janja Gangred auf jeden Fall eine der Favoriten. Und das macht es vielleicht auch ganz schwierig für sie, weil bei Olympia natürlich immer andere Gesetzmäßigkeiten herrschen. Da kann man Überraschungssiegerinnen natürlich nicht ausschließen. Aber nach dieser Saison ist einfach ganz klar, da ist sie die Favoritin. Sie hat bei der WM beide Goldmedaillen geholt. Sie hat im Boulder-Weltcup, alle Boulder-Weltcups gewonnen in der Saison 2019. Und bereitet sich jetzt natürlich schon ohne große Sorgen, weil sie ja schon qualifiziert ist auf Tokio vor. Bei den Herren ist es so, dass der Favoritenkreis wahrscheinlich auf drei Personen eingekreist werden kann. Das ist der Alexander Megos aus Deutschland, der Jakob Schubert aus Österreich und der Adam Ondra aus Tschechien. Aber auch hier denke ich mir, kann es Überraschungen geben. Ich meine natürlich der Tumor Narasaki, den ich jetzt gar nicht erwähnt habe, der eigentlich in Tokio gewonnen hat. Ich habe es wieder vergessen. Also da ist natürlich der Kreis größer als bei den Damen. Olympia ist für den Klettersport eine große Chance, die es allerdings schlau zu nutzen gibt. Olympia beschreibung Musik 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 Musik